hallo hier ist der martin von meine mankees dass die jahres auspicks analyse für das jahr 2024 ich hoffe ihr seid alle gut reingerutscht ein paar tage hat das jahr schon ja drin ich habe mir angewöhnt die letzten jahre einfach die ersten wochen ein bisschen anzugucken um ein gefühl für den markt zu bekommen wie er in das jahr rein startet das sich sehr oft eigentlich gezeigt hat dass die art und weise wie der markt sich anfang des jahres bewegt als wirklich in den ersten wochen auf sich auf das komplette jahr durchgibt ja das haben wir jetzt schon mehrere jahre gesehen immer wieder und deswegen warte ich da ganz gerne auch wenn die meisten schon früher schreien ich habe mitgebracht den dax den s&p euro s zoller gold quasi jedes jahr würde dieses jahr vielleicht auch mal was zum bitcoin sagen und das wichtigste ist es natürlich eine charttechnische analyse das heißt wie unsere morgen analyse geht es hier explizit und ausdrücklich nicht um die beachtung von politischen themen hier geht es ausdrücklich nicht darum wirtschaftliche daten mit einzupreisen denn es soll eine charttechnische analyse sein die ihr ergänzen wenn ihr das gerne machen möchtet zu nachrichten hinzuziehen könnt und so weiter und so fort aber ausdrücklich beziehe ich sowas eben nicht mit ein damit meine meinung hier nicht verfälscht ist und ich euch so neutral wie möglich den chart ich sag mal auseinander nehmen kann damit ihr wenn ihr dann andere sachen hinzuzieht oder über das jahr einfach den markt beobachtet das einfach mit einbeziehen könnt da geht es um zielzonen geht es um bereiche an denen man sich vielleicht das depot absichern sollte und so weiter und so fort reaktionsbereiche in denen man vielleicht mal eine größere längere swing position machen kann gerade für diejenigen die vielleicht auch mit elf salten oder drüber nachdenken wo sie vielleicht mal was verkaufen wo sie was abstoßen könnten und so weiter und so fort darum soll es hier ein bisschen gehen die große großen den großen blick von oben das machen wir sonst immer nur im premium dienst aller zwei wochen im webinar wenn wir machen mal alle zwei wochen und zum webinar schauen dort auch auf monatsebene und auf wochenebene hohstoffe an aktien an indizes an um des großen überblick zu behalten der manchmal in der morgen analyse verloren geht weil ja die morgen analyse die ich täglich reingebe sich wirklich immer nur auf den nächsten tag bezieht ja und um diesen großen blick zu wahren bauen wir jetzt hier quasi den anfang für dieses jahr mit der jahres ausblicks analyse und dann wird das weiter verteilt über die zwei aller zwei wöchentlichen im webinar dann im premium dienst weiter betrachtet ja und immer mal wieder ein bisschen aufgefrüst geguckt müssen wir irgendwo was anpassen und so weiter und so fort das allerwichtigste was ich hier mit habe für dieses jahr 2024 auch wenn wir ja natürlich nicht auf nachrichten politik und so weiter eingehen sind für uns zyklen sehr 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 wichtig ja also das ablösen von marktmustern bisschen statistik das beziehen wir durchaus mit rein und das einzige was dafür uns relevant ist ist zum beispiel jetzt der us wahl zyklus ja weil das immer wieder prägnant ist oder auch saisonale zyklen wie das ansteigen von oktober november hier was wir hier stark gesehen haben wir zum beispiel auch im premium dienst mit begleitet haben uns dann am anfang november noch mal aktien reingekauft wie gesagt haben okay jetzt kommt saisonale stärke zu erwarten haben hier noch mal was reingelegt und gehen jetzt quasi auch davon aus dass die saisonalität sich erstmal fortsetzt ist aber losgelöst von dem eigentlichen event der wahl ja also wer in der wahl dann letztendlich gewinnt ist für die analyse nicht relevant ja weil ich in dem moment wo ich eine charttechnische analyse mache davon ausgehe dass alle marktteilnehmer die charttechnisch traden oder das nutzen das dann entsprechend immer bereits mit eingepreist haben wer dann womit reingeht und so sehen wir auch dass egal wo was kommt immer wieder markante bereiche angelaufen werden egal ob das durch eine ukraine krise ist oder durch was auch immer ja also auch damals hat mir hier noch nichts von einer von ukraine krieg gewusst haben aber in der jahresausblick analyse für 2022 klipp und klar gesagt wir legen hier eine horizontale kante wenn die horizontale kante bricht muss sich nach unten abgesichert werden und das war glaube ich sogar noch bevor dort die panzer reingemarschiert sind ich glaube die meldung dass der krieg in der ukraine ausgebrochen ist er kam dann tatsächlich erst hier unten das war relativ spät erst ein bisschen verzögert und in dem moment wäre man mit der jahresausblick analyse ohne wissen über politik ohne sich damit zu beschäftigen sogar schon abgesichert gewesen und das ist mir immer wichtig für das jahr 2023 als rückblick möchte ich dieses jahr ein bisschen anders macht wie letztes jahr letztes jahr haben wir uns die vorherige jahresanalyse noch mal angehört ich fand das jetzt so im nachhinein als ich mir die jahresanalyse für 2023 noch mal angehört habe ein bisschen lang ein bisschen viel würde deswegen versuchen das einfach kurz zusammenzufassen wenn er Lust hat kann er die alte noch mal angucken ist ja auch noch bei youtube eingestellt und auch auf unserer website drin und letztes jahr haben wir gesagt da sind wir hier rausgegangen ja also wenn wir sich zurück in sind an vielleicht kriege ich das sogar kurz hin dass wir uns zurückversetzen in das was wir zur letzten jahresanalyse gesehen haben dass der markt relativ gut reingekommen ist nachdem er im dezember ein bisschen abgebröckelt ist hat einen sehr guten start und hatten gesagt also wenn er das fortsetzt hat er definitiv das zeug in neue seite hoch zu erreichen hatten uns hier so ein bisschen ausgeguckt den bereich um 16.690 bis 17.270 wollten gerne den markt dann noch mal reinlaufen sehen und dort abprallen und ich hatte gesagt negativ wird es für mich erst in dem moment wo er jetzt hier unter der 200 wochenlinie wieder wegklicken sollte unter diesem tief und dem letzten tief bei 13.800 hatte ich gesagt würde ich wieder short absicherung aufbauen oder oder was heißt short absicherung ich würde vielleicht die depot absicherung aufbauen weil dann auch mit einem neuen tief unter dem 2022 tief zu rechnen wäre und wenn das dann auch noch mal abverkauft wird hätte hätte man hier sogar noch mal auf die corona gaps hintraden können das ist aber so nicht eingetreten wenn wir jetzt uns angucken was der markt daraus gemacht hat muss ich hier kurz gucken oder ich beende das einfach wartet mal ich beende das einfach dann sehen wir es gleich ganz schnell dann ist der chart wieder voll sehen wir dass der markt sich definitiv noch weiter hoch gedrückt hat wir sehen dass wir im februar auch noch mal eine kleine schwäche reinbekommen hatten in den märz das sieht man auch sehr häufig könnt ihr euch vielleicht auch für das jahr merken dass um den märz vorfall herum immer wieder ein markanter hoch oder tiefpunkt ausgebildet wird das sieht man so gut wie jedes jahr eigentlich also das war auch im corona ja ganz 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 prägnant da war auch das tief fast exakt auf dem märz verfall was es uns damals ja auch im premium dienst leicht gemacht hatte hier einfach zu sagen okay wir kaufen jetzt unsere etf salten wir haben ja auch hier unsere etf sparplan dann begonnen hatten den dann hier noch mal ausgebaut hier noch mal bei 12.500 und ich glaube dieses jahr wird jetzt eher thema wo reduzieren wir denn mal etfs haben also das wird glaube ich jahresaufgabe für 2024 weil ich mir schon vorstellen kann dass unser dax ich würde vielleicht mal den unteren pfeil hier löschen auf den oberen teil den fokus setzen weil ich mir schon vorstellen könnte dass unser dax jetzt hier eben auch noch ein stückchen weiter oben drüber gucken kann ja schauen wir die reine bewegung an sehen wir dass wir einen sehr starken november sehr starken dezember hatten wir sehen dass wir seitdem wieder zur seite laufen das war glaube ich jetzt ist ein bisschen synchron fast zum zum vorjahr wartet wo war der jahreswechsel hier war der jahreswechsel ja ist vorher ein bisschen runtergelaufen jetzt hat das noch ein bisschen in den jahreswechsel mit reingezogen ist also ein bisschen ruhiger in das jahr eingestartet wie noch im vorjahr im vorjahr hatten wir gesagt dass er durchaus schon bis 18.000 kann in der in der in der jahresanalyse für 2023 hatte ich gesagt dass ich davon ausgeht er haut hier oben rein kommt dann hier noch mal zurück und drückt sich dann oben noch mal richtig raus richtung jahresende richtung 18.000 das hat er ja nicht ganz geschafft ist aber trotzdem sehr sehr hoch rausgegangen ja also wir haben glaube ich ein jahreschluss gehabt der hier wo fängt die januar kerze an der hier im bereich um 16.800 war als das ist schon ein ganz gutes stück gewesen ja was wir jetzt hier sehen ist dass unser dax in dem bereich hier abreagiert ich würde mir mal vielleicht mal hier ein fieber anholen gucken wo wir hier retracements haben die jetzt für uns relevant sind also in erster linie ziehe ich mir erst mal hier das ganz große raus von der bewegung müssen wir hier natürlich noch mal 1 2 3 einblenden dass wir die 166 noch sehen das nehme ich immer ganz gerne als standard und da können wir auf jeden fall festhalten dass wir hier fibonacci retracements muss man ja sagen im bereich um 17.500 17.980 19.020 haben ich werde die fibonacci linie löschen mache das aber immer so dass ich mir dann da schon mal horizontale linien reinsetze das könnte auch aus der morgenanalyse damit arbeiten eigentlich sehr gerne jetzt muss ich bloß wartet den magneten ausmachen sonst springen wir die hier wie wild durch die bude 14.017 muss ja auch aufpassen mit 1000 an hier 14.000 ist das nicht das ist die 17.498 17.498 und dann haben wir oben die 17.980 als nächstes relevant wird und ich sage mal meine maximales bullisches ziel für einen sehr starken für ein sehr starkes jahr wäre dann um 19.000 suchen also spätestens bei 19.000 würde ich auch deutliche portionen an etf's erst mal reduzieren und mich dann auch auf eine deutliche abwärtsbewegung einstellen sollten wir da hinkommen ja das wäre ein schönes ziel vielleicht um unsere restlichen etf's dann auch mal auszudünnen und wegzugeben so also das das ist auf jeden fall aus der fibo aus dem fibo retracement rauszusehen jetzt können wir hier auch noch ein kleineres ziehen über die bewegung die wir hier drin hatten brauche ich wieder mein magnet dass ich an die hohen tiefs ganz genau ankomme vielleicht kriegt man hier irgendwo eine deckungsgleichheit rein deckungsgleichheit haben eigentlich nur bei der 270 27 wartet schon mir bloß kurz noch das 261 rein ich möchte kurz gucken wo das liegt und das liegt bei 19.667 dann haben wir doch da oben eine schöne zone auf jeden fall markieren sollten als absolut bullisches ziel wir sprechen gleich noch darum was muss passieren dass der dax nach unten relevant wird was muss passieren damit er also abwärts ziele aktiviert was müsste passieren damit das vielleicht sogar ein richtig beschissenes jahr wird und ich will aber erst mal die oberen ziele so weit durch frühstücken so wartet das gleich mal raus damit haben wir das ich würde den fall ein bisschen reduzieren wir haben hier in dem bereich um 18.000 noch mal widerstände das heißt ich würde das ein bisschen zweigeteilt aufteilen da wir relativ human jetzt in das neue jahr einrutschen würde ich davon ausgehen dass der markt sich hier aus dem bereich jetzt auch stabilisiert als ich sag mal so das tief wird sogar schon reichen ja da müsste gar nicht brutal weiter tiefer aber auch so 16 200 hier mal kurz unter die 16.000 geguckt das würde hier gut reinpassen würde dann davon ausgehen dass unser dax sich hier durch schiebt in den bereich um 18.000 rein stolpert das kann dann schon im april sein ja vielleicht ein bisschen schwächer dann naja april mai und dann wenn alle sagen sell in mai dann drückt er sich noch mal nach oben kommt hier vielleicht bis juni hoch und schiebt sich anschließend noch mal runter vielleicht irgendwie so in die richtung könnte ich mir das ganz gut vorstellen für das laufende jahr jetzt für 2024 wäre allerdings eine sehr optimistische prognose wie gesagt super bulliges übertreibungsziel wahrscheinlich dann sogar noch da drüber genau 49 und 19 65 das waren die aber ich würde wahrscheinlich bei 19.000 schon anfangen positionen bei mir deutlicher abzubauen und vermutlich sogar schon in dem bereich na wenn wir hier im märz vielleicht einen markanten hochpunkt setzen vielleicht sogar genau auf den märz vorfall das wird ja gut passen so ja dann wird wäre das auch gedeckt dann hier noch mal ein bisschen runter bis april ich glaube das würde sehr gut reinpassen und würde auch sehr sehr gut auf eine statistik von einem us war ja passen was müsste unser dax machen um sich nach unten raum zu aktivieren er müsste auf jeden fall wieder unter den gleiten durchschnitt runter ja also auch unter die 200 tagelinie die 200 tagelinie liegt im moment wartet mal kurz die liegt im moment auch knapp unter der 16.000 im bereich um 15 49 also wenn die wenn er sich da wieder drunter etabliert bekommt und deutlich das reißt ich glaube dann wird euch darüber nachdenken weiteres abwärtsmomentum erst mal mit einzuplanen müsste allerdings ein bisschen genau hingucken dass man nicht unbedingt an dem 61 retracement dann abdrückt das ziehen wir uns auch gleich noch mal wartet mal dass wir jetzt hier dass ich euch jetzt hier eine falle rein rennen lasse muss mein magnet dass mein magnet ziehen das bloß mal noch mal an so also ein 60er wäre im bereich um 15 5 aber gut das kann ich hier jetzt nicht mit abdecken also da müsste ich zu oder wollen wir noch wir gehen auch da runter ok 15 5 ich würde aber trotzdem amfang sei unter 16.000 vielleicht schon anfangen absicherung zu tätigen unter 15 5 wirte wartet jetzt muss ich kurz überlegen wie ich das wie ich das erkläre also der bereich um die fünf zu fünf ist einfach das 61 griff schelzmann das ist ein bereich das werden wir auch gleich beim bitcoins sehen das ist ein bereich der reagiert einfach sehr sehr oft und sehr häufig auf so große ebene na das sieht man immer wieder das darf man nicht ignorieren wenn man jetzt sagt man sichert sich nach unten ab und geht an so einem wichtigen punkt der eigentlich nach oben reagieren kann jetzt short oder eine depot absicherung dann hält man sich das depot quasi gegen die performance ab ja man geht hier sage ich mal an der 5 500 short dann dreht der markt nach oben und die eigenen aktien im portfolio bringen performance aber man macht sich die performance mit der absicherung kaputt das natürlich nicht sinn und zweck der sache deswegen würde ich wahrscheinlich mich unterhalb der 16.000 schon beginnen abzusichern natürlich auch mit einem surplus ja dass ich versuche in der bewegung weiter zu schwimmen und dann würde ich meine 15 5 wahrscheinlich von der absicherung sogar einen kleinen teilverkauf machen für einen möglichen rücklauf von unten an von 5 5 an 16.000 ja und würde aber im falle die 15.000 hält nicht und der geht runter die die absicherung sogar wieder auffahren also wieder hochnehmen weil ich dann davon ausgehe dass der markt die unten das gäbe noch zu macht bei 14.600 da ist noch ein offenes gap 14.620 und dann wird es sehr sehr wahrscheinlich unter diese tiefs hier drunter stechen von 2.23 der wird unter das märztief drunter machen der wird unter das oktober tief drunter machen und wird versuchen hier so richtung vorjahrestief von 2.22 einmal anzulaufen ja also ich denke wenn der bereich 5 zu 500 fällt sollten wir hier auch neuen schlag drunter kriegen und dann kann man hier das ja das alte auch wieder wieder nachziehen sollte das ja wirklich so brachial schlecht rein starten im ersten quartal und das hier so früh relevant werden dann sollte man tatsächlich sich auch beginnen etwas mehr sorgen zu machen wäre für euch dann im grunde egal wenn ihr ab 16.000 abgesichert zeit hier unten vielleicht sogar durch short absicherung noch ein bisschen erhöht habt könnt ihr euch das unten raus komplett angucken was er macht ja und wenn er das dann irgendwann wieder anfängt zu drehen und er kommt wieder hoch dann kann man so eine absicherung auch wieder rausnehmen tut er das aber nicht und fällt durch dann lasst ihn einfach rennen denn wir haben ja aus corona zeiten hier auch noch alte offene gaps ja also da liegen im bereich um 9.500 10.800 ist glaube ich noch eins also wir haben überall hier 10.500 wir haben überall noch offene gaps drinnen die der markt irgendwann einmal schließen wird das muss jetzt nicht 2024 das muss 2025 das muss auch nicht bis 2030 erfolgen aber irgendwann würde diese gaps mal noch schließen ja und deswegen würde ich einfach ab bestimmten punkten mich immer nach unten absichern oder auch die short aktivität einfach im trading dann erhöhen dass ich sage ok unterhalb von 16.000 suche ich einfach überwiegend dann mehr shorts ja dass ich dass ich versuche aus dem kostbewegung nach unten einfach performance reinzuholen die meine aktien die ich dann im portfolio noch liegen habe vielleicht verlieren ja dass ich das so ein bisschen mit ausgleiche und am strich dadurch dann besser wieder dastehen wenn der markt dann wieder anfängt aufzutreten ok also klar was ich sagen will unterhalb 16.000 ist noch mal so raum bis 15.500 unter 15.500 würde ich fast davon ausgehen dass wir die vorjahrestiefs raus knallen dass wir da mal drunter hacken ja das da möchte ich eigentlich keine zahlen nennen weil da geht es ihm nur um das prinzip die surplus raus zu kegeln die darunter liegen ja die müssen nicht punktgenau das können auch 150 200 punkte sein da will ich einfach keine zahlen nennen das ist das das gucken wir uns dann an wenn es soweit ist ob das deine 14.300 hier ist oder 14.400 das ist dann völlig irrelevant da einmal drunter hacken und dann muss muss man gucken wie der markt spielt dreht er von dort wieder stark auf wäre das dann ein grund absichtlich wieder rauszunehmen fällt aber weiter durch dann kann sich so ein trend auch beschleunigen das kennt ihr aus corona der hat dann werden die kerzen immer länger dann werden die bewegung schneller und der markt fällt immer weiter und dann solltet ihr einfach nur vor augen haben dass er dann hier unten eben auch noch überall offene ziele hat 12.375 ist sowas und dann dann liegt sind bestimmt auch unter die 12.000 wieder drunter also wenn es so katastrophal wird dann kriegt man das dann kriegt man den genau bis november ja genau bis zur us war 224 komplett nach unten durchgelegt und er steht ihm bei 12.000 das wäre aber worst case scenario würde ich so nicht unbedingt erwarten ja aber wenn der hier nicht mitspielt wenn das hier kein bullisches trendfortsetzungsmuster ist und er kippt hier vollkommen um ähm spätestens unter 16.000 sollte man anfangen zu reagieren ja sonst könnte es dann zu spät sein vorher würde ich den hier einfach machen lassen und würde schon davon eher davon aussehen dass er sich hier einfach positiv der markt steigt eher öfter dass er als dass er fällt das ist einfach so ja wenn man sich die jahre die letzten 30 jahre zurückwirkend anguckt egal wie schlecht die regierung war egal wie wenig überzeugt die leute von dem waren was in der politik und der wirtschaft passiert egal wie krass die leute davon ausgegangen sind dass die wirtschaft komplett ruiniert ist weltweit ja beste beispiel ist ja eigentlich hier diese krone anstieg ja denn während alle welt davon ausgegangen ist ähm hier ist die welt schachmatt die nächsten fünf sechs jahre haben die einfach neue allzeithochs gerissen ja nicht mal ein jahr später ähm war der schon auf neuen allzeithochs es geht halt nicht immer danach was die meisten leute denken und glauben und wollen sondern es geht halt einfach darum dass die reichen leute reicher werden dafür ist die börse da und deswegen ist sehr oft zu beobachten der markt eigentlich eher steigt als dass er fällt dennoch das wären so meine punkte wo ich beginnen würde mich abzusichern ja wo ich einfach ein bisschen aufpassen würde dass ich nach unten äh nicht mein depot unnötigen risiken aussetze ja oben die route soweit klar ziele haben wir auch benannt ähm wichtige anlaufstellen nochmal klargestellt ähm ja ich würde fast sagen können wir das zum dax damit abhaken dann würde ich mit euch auf den smp gucken im smp haben wir stand letztes jahr ähm jahresaubblick muss ich mich kurz zurückversetzen in äh den januar haben wir hier gestanden und haben uns ich glaube eine kerze mehr haben wir noch gehabt ja ich glaube wir waren hier so irgendwie war glaube ich der schluss gewesen und hatten uns dann drüber unterhalten dass hier der abwärtstrend ist wir haben uns drüber unterhalten dass der dax diesen abwärtstrend ja bereits nach oben verlassen und gebrochen hatte und haben daher ähm ähm daraus geschlussfolgert dass der smp schon eine wahrscheinlichkeit hätte drüber zu gehen wir hatten drüber gesprochen dass die bewegung sehr träge hochkommt und es deswegen sein kann dass er hier oben nochmal abverkauft wird und nochmal auf dieses ausbruchsniveau zurückläuft dass das durchaus bis zu der kante auch gehen kann und dass es dann wichtig wird ob der smp dann so weit umkippt dass er die tiefs hier rausnimmt und in den abwärtstrend wieder eintaucht oder ob er sich dann stabilisiert kriegt und rausdrückt ich hatte gesagt wenn er sich stabilisiert und dann wieder rausdrückt ähm wird es schon so oberhalb des hochs hier davon ausgehen dass dann auch ein neues allzeithoch im jahresverlauf folgen wird bis sogar hoch an die 5.343 so war die erwartungshaltung aus dem vorher oder er klackert halt hier runter und macht hier auch worst case file der ist aber nicht eingetreten ja demzufolge äh können wir jetzt auch hier gucken was hat er was hat der markt draus gemacht ähm der markt hat draus gemacht dass er wie erwartet hier hochgelaufen ist ähm reagiert hat das neue hochlich angenommen hat ist nochmal umgedreht auf den channel zurück ist aber nicht in den kanal zurückgefallen also hat er sehr gut verteidigt und er hat auch verteidigt ähm das neue tief also der der short trigger wurde quasi nicht aktiviert anders als im vorher als er hier drunter genudelt hat und dann auch das ziel ähm komplett abgearbeitet hat ist das hier nicht eingetreten der short trigger ist nicht bedient worden stattdessen ist dann ähm wieder umgedreht worden neues hoch und dann hätte man das hier im grunde nachziehen müssen hier unten an das letzte hoch ran oder an das hoch letztendlich dran und das hat er dann bedient ein bisschen wartet mal so krass will ich jetzt nicht nachziehen ein bisschen äh unter seinem potenzial ist er dabei schon geblieben aber grundsätzlich ähm so verlaufen wie eigentlich erwartet muss man schon fast sagen ja sehr sehr gut gelegen im jahr 2024 ähm im jahr 2023 ich selber bin gar nicht so der freund vom s&p channel den auch gar nicht so gerne ähm macht die analyse bloß immer weil es abgefordert wird oder weil es gerne gefragt wird auch im premiumdienst guckt man den uns eigentlich eher selten an jetzt gleiches prinzip gleiche herangehensweise für eine zielbestimmung ähm wir haben hier im bereich um ähm 5.325 fibonacci betracement ziele und oben im bereich um 5.638 würde das quasi adäquat zum dax jetzt hier einfach nachziehen und als zielbereiche markieren 5.635 können wir uns da oben auch mit wartet mal jetzt habe ich vergessen den zu kopieren zack 5.635 und dann gucken wir auch gleich noch was aus der kleineren bewegung für ziele heraus hervorgehen und damit können wir mit relativ einfachen methoden hier jetzt schon mal kurzziele bestimmen in dies 2024 gehen kann schnappen wir uns jetzt hier noch die jüngste korrektur aus dem herbst winter und hätten hier jetzt auf jeden fall potenzial noch bis also am ersten sind wir schon dran wie wir das gerade sehen hätten jetzt hier noch potenzial bis 4.800 die können wir uns noch markieren und dann unten 4.918 so warte jetzt markieren wir schnell 4.800 vergessen wir sonst nicht und wenn wir es hier drinnen liegen lassen dann wird es zu wüsten dann verdenken noch Leute sie müssen da unten irgendwie ein 61er oder 76er trade deswegen nehme ich das dann einfach wieder raus so was haben wir gesagt 4.800 und 4.918 die legen wir uns mal kurz drauf 4.918 4.918 so da kann ich das nämlich wieder rauslösen und dann sehen wir an der ersten Zielstation hängen wir uns sogar schon dran könnten wir jetzt die zweite auch noch durchziehen und es spricht auch überhaupt nichts dafür dass wir da weitermachen hier müsste man natürlich jetzt dadurch dass er schon wirklich weit gefahren ist und gar nicht so schön korrigiert hat wie der DAX fast davon ausgehen dass er von hier vielleicht jetzt einfach auch nochmal ein bisschen zurücksegelt ja dass es sich hier vielleicht ein bisschen schwerer tut und dann aber trotzdem hier in dem Sinne nochmal hochrutschelt sich hochwuschelt ja und dann vielleicht aus der Mitte des Jahres hier ein bisschen in die Schwäche reingeht und dann hinten raus probiert das nochmal auszugleichen würde von diesem trägen Beginn im Januar jetzt auch eher davon ausgehen dass der eine ruhigere Kugel schiebt ja dass der ja gar nicht so viel Stress gar nicht so viel Performance vielleicht auch abliefert im US-Wahrer eher Träger verläuft aber in die Richtung wäre jetzt hier fast meine Erwartung wobei das schon sehr konkret ausgemalt ist ja es ist schon fast unwahrscheinlich dass der Markt die ganze Zeit dann einer solchen langen Linie folgen wird die bis ins Ende bis Ende des Jahres durchzieht aber das wäre so ein bisschen meine Erwartungshaltung unten raus finde ich den hier ein bisschen schwieriger zu kennzeichnen wenn ihr den zurücksetzt wir haben hier im Bereich von 4600 Unterstützung das wäre vielleicht dann für den Rücklauf hier ganz interessant 4600 die könnt ihr sogar noch direkt bringen also ihr könnt auch quasi so reinkommen ja müsst ihr gar nicht hier nach oben dran an die 4918 die ist aber noch weiterhin wichtig 4600 ist eine wichtige Unterstützung ja nach oben hin könnte man verbal vielleicht so festhalten 4600 der hat hier gehangen da hat er da gehangen ähm drunter kommt dann der gleitende Durchschnitt und ich weiß gar nicht wo ich wo ich hier anfangen würde mich abzusichern weil hier dadurch dass der so schöne also von dem Verlauf her könnt ihr hier eine Trendlinie vielleicht ziehen das ist vielleicht das was am meisten Sinn macht und wenn die Trendlinie bricht würde ich mich versuchen abzusichern vorher müsste ich dem tatsächlich so wie er sich weil er läuft stark zurück das sehen wir hier das sehen wir da ist auch unten raus sehr sehr schlecht angelaufen sehr korrektiv schon fast wir haben hier einen Wellenschnitt drin das ist auch eigentlich brutal hässlich das ist nicht schön für eine Trendfolge ähm Zeug zeigt auch eher so ein bisschen Trendschwäche an und von daher wäre es gar nicht so unüblich wenn er wirklich eher so eine ruhige Kugel schiebt Überschreibungsziel dennoch 5635 kann man sich auch mit auf den Zettel schreiben für das Jahr aber wenn der hier diesen Channel bricht ich glaube dann würde ich ja würde ich erwarten dass der hier unten rauf geht dann würde ich erwarten dass er das Gap zumacht das ist diese 56 wir haben hier einen Gap ja bei 4092 wir haben hier unten Gap 3578 adäquat zum DAG also das wäre dann so Worst Case Szenario oder zumindest Beginn des Worst Case Szenarios den Fall hier unten würde ich rausnehmen damit er keine Verwirrung einstift der ist ja vom Vorjahr wird nicht aktiviert S&P das ist meine Einschätzung zum S&P dann Euro S-Dollar Euro S-Dollar hat uns verarscht das muss man ja so fast sagen was das gewesen das ist ja nur zur Seite gegangen wir hatten Stand der hat ja nichts gemacht der hat ja gar nichts gemacht wir haben Junge 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 wir haben den uns angeguckt Stand hier ja Stand hier haben wir uns den angeguckt und haben gesagt okay ich würde erwarten dass er an dem an diesem Dreieck oder an dieser an dieser Formation an diesem ja Dreieck ist es ja ähm beginnt sich nach unten wieder abzustoßen hat aber auch gesagt Euro S-Dollar ist bei sowas nicht ganz so sauber der wird der kann und wird vielleicht durchaus die 200-Wochen-Linie ähm antackern bis dahin würde ich mich mit Long tatsächlich eher ein bisschen zurückhalten weil er sich aus dem Bereich gut nach unten wieder abstoßen kann und wenn er dann das Tief nach unten reißt hier bei 1.04 hat man gesagt wird man mit einer Parität rechnen und wenn dann die Parität fällt auch durchaus bis 0.90 runter und wenn wir jetzt gucken was wir gesehen haben äh ist das wirklich ein Witz weil er das ganze Jahr über das Tiefjahr nicht gerissen hat und auch die Wochen nicht überschritten hat ja er ist die ganze Zeit in diesem kleinen Puffer den ich tatsächlich von Januar bis März eigentlich eher gesehen hatte äh das ganze Jahr hat er drin kleben geblieben und von daher müssen wir aus der Perspektive die Jahresanalyse von 2023 einfach nur verlängern ja weil das genauso gültig bleibt sollte der EURUS-Dollar und das sieht fast ja eigentlich danach aus hier jetzt wieder nach unten kippen und unter die Tiefs zurücklaufen guck mal der hat jetzt hier genau 61 nach oben gelaufen das sehen wir auch gleich in Bitcoin nochmal ja das ist wieder das schönste Beispiel da guck mal ich habe jetzt hier das Fibonacci Retracement gezogen der hat da deutlich reagiert deswegen das ist mit dem DAX hier wenn man es umdreht die 5000 oder 15.500 das wäre doof wenn man genau an dem Punkt jetzt hier wie im EURUS-Dollar dann genau da long geht das ist das ist doof halt ne das macht man nicht so tradet man nicht und deswegen habe ich das erklärt im DAX mit der erst 16.000 vielleicht schon absichern dann bei 15.500 mal ein bisschen was rausnehmen dann tiefer wieder aufbauen würde hier im konkreten Falle jetzt bedeuten wenn der dann über das 61.000 wieder drüber geht dann macht er sich nach oben Platz ja dann können wir hier sagen also wenn er drüber geht dann steht auch nichts dagegen hier die obere Dreieckskante wieder anzulaufen und wirklich Richtung 1.20 loszuziehen schließt das doch bitte nicht aus versucht neutral mit dem Markt umzugehen ja dass ihr da nicht sagt ja Euro warum soll Euro da so hoch das kann doch gar nicht sein Europa hat doch gar keine Zukunft ich weiß das sehen viele so aber hütet euch davor zu sehr nur eure Meinung traden zu wollen das ist sehr sehr gefährlich am Markt oft ist dem Markt sowas scheißegal der macht einfach worauf er Bock hat und vor allem wo er die meisten Leute abcashen kann ja und wenn die meisten Leute hier short orientiert sind im Euro dann kann er ganz schnell auf 1.20 das schafft er noch 2.24 dann ja wenn er sich hier drüber etabliert bekommt möchte ich aber auch erst sehen möchte ich auch sehen so wie er jetzt steht finde ich ihn eher schwach so wie er jetzt steht würde ich vielleicht sogar auch eher auf dem short händieren und ich würde unterhalb von 1.5 kann man sagen grob gehundet fast davon ausgehen dass wir nochmal auf die Parität zulaufen und dann müsste man sich tatsächlich Gedanken machen hier vielleicht auch was fürs eigene Depot zur Absicherung oder so mit reinzunehmen weil unter der Parität dann mit 90 oder ich glaube auf ganz große Monatsperspektive haben wir ja hier ein markantes Tief im Bereich um 82 Cent ja sowas kann auch locker nochmal angelaufen werden warum nicht das ist für viele auch nochmal wichtig der Euro war hier schon mal ja also im Bereich 82 Cent da ist nicht die EU total zerstört und der Euro ist Müll und wertlos das ist ganz normal selbst wenn er da ein bisschen drunter kommt muss man sich dann hier da noch keine Gedanken um die Währung machen das ist wirklich so da sind viele die nehmen diese kleinen Schwankungen die der Euro als sehr extrem wahr aber das sind ganz wenig Prozente die wir haben ja da kann man sich ruhig mal eine türkische Lira oder irgendeine Währung angucken die krass abwertet die richtig Probleme hat da ist das hier ganz weit davon entfernt auch wenn wir ja von 1,60 kommen aber der Markt ist halt auch vorher da hoch gestiegen wenn er das jetzt nur viel langsamer zurückläuft als dass er das vorher gestiegen ist kann er auch nachher genauso schnell wieder da hochlaufen das darf man nie vergessen ja also Euro als Dollar mache ich mir so nicht sorgen wird er aber vielleicht trotzdem hier unter 1,05 Richtung 1 Dollar oder noch tiefer was aufbauen wäre natürlich schön für die Kryptos glaube ich ich glaube da kommt das zugute für uns zumindest für uns dann in Euro gerechnet ja Punkt Euro als Dollar das ist meine Meinung dazu das ist meine Einschätzung dazu das ist für mich ein Seitwärtsareal hier kann man mit irgendwelchen Oszillatoren und so wahrscheinlich auch gut seitwärts traden ist aber für mich relativ unattraktiv würde ich so vielleicht rauslassen und dann kommen wir noch zum Bitcoin hier habe ich euch schon mal ein bisschen drin rumgekritzelt auch hier sehen wir das gleiche wie im Euro als Dollar dieses Anlaufen an diese Fibonacci Retracements wir selber haben ja auch im Premium Dienst hier wir haben auch einen Kryptosparplan also wir wir gucken eigentlich relativ oft auf die Kryptos auch wenn ich meine Jungs und Mädels momentan sehr 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 stark bremsen muss immer wieder wir haben schon 2018 damals einen Kryptosparplan gemacht als der Markt hier stand ja haben wir gesagt der geht bestimmt runter bis 6500 als er an der 20.000 war damals wurden die Bitcoin Futures eingeführt alle haben gesagt das wird jetzt die Zukunft der Markt wird jetzt übelst krass nach oben reagieren der wird jetzt richtig durchskalieren und 100.000 erreichen und da haben wir gesagt naja Moment das kann doch erst mal nach unten laufen das ist die letzten Male immer so gelaufen der hat dann bei 20.000 hier ein letztes Ziel erreicht und dann hatten wir gesagt bei 6500 fangen wir an mit einem Kryptosparplan das heißt wir besparen regelmäßig Kryptopositionen und halten die dann haben wir uns da ein paar ausgesucht und die dann behalten und die dann auf dem Weg nach oben raus ausgebaut wir haben 2020 im Corona Crash dann quasi mit dem Sparplan aufgehört und haben gesagt jetzt haben wir genug reingekauft jetzt wird kein weiteres Geld mehr reingegeben jetzt lassen wir das laufen jetzt lassen wir das laufen und schwenken auf ETF Sparplan haben dann angefangen im DAX und auch im NASDAQ uns Gedanken zu machen wo wir ETFs kaufen haben die dann auch gekauft keine Kryptos mehr gekauft zumindest keine aus der Sparplanriege wir hatten dann nochmal eine andere gekauft aber die nicht und haben dann durch Teilverkäufe unsere Position rausgenommen wir sind dann hier oben in den Bereich um 60.000 reingelaufen und haben zu dem Zeitpunkt alles reduziert gehabt ich glaube wir haben nur noch eine absolut kleine dünne Restposition von Ethereum zu dem Zeitpunkt gehalten und haben schon hier gesagt im April 2021 der Sparplan 1.0 ist nun komplett beendet und der Sparplan 2.0 beginnt jetzt haben dann im Premium Dienst den Sparplan gestartet und uns darauf eingestellt dass der Markt wieder unter 20.000 zurückfallen wird und haben dann quasi uns darauf trainiert und fixiert dass wir hier wirklich halten 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 und als der DAX dann hier der DAX sage ich schon der Bitcoin hier unten durchgeschlagen ist oder ich weiß gar nicht wo es war sind wir dann um also knapp 17.800 rum 17.800 US-Dollar sind wir an Bitcoin eingestiegen haben auch Ethereum gekauft 98 und noch ein paar andere und gehen hier tatsächlich aktuell noch davon aus dass hier noch Tiefs kommen können und deswegen wäre meine Jahreserwartung also unser Sparplan stand hier jetzt noch nicht beendet ich habe ja gesagt hier 2018 haben wir nach dem Corona-Tief den Sparplan zugemacht und gesagt wir kaufen nichts mehr zu hier ist noch offen das heißt wenn der Markt hier wieder ein bisschen runterkommt kann das durchaus sein dass wir noch mal Mails im Premium Dienst rumsetzt schicken und sagen wir kaufen jetzt hier noch was und bauen unsere Position noch aus der ist quasi noch nicht voll der ist noch nicht beendet wir haben auch noch keine 100% Investitionsquote erreicht auch wenn wir schon einen guten Satz bekommen haben hier auch zu sehr schönen Kursen aber ich würde tatsächlich weiterhin auch davon ausgehen dass der Bitcoin durchaus das Zeug hat hier auch noch mal ein ganzes Stück zurückzukommen möchte aber auch dazu sagen dass es kein Muss es ist eine charttechnische Analyse aber das muss so nicht kommen es ist ganz ganz wichtig das vielleicht mal auch noch so deutlich zu sagen und ich würde vielleicht an der Stelle hier jetzt auch noch sagen dass ich dass der Bereich den wir erreicht haben mit dem Hoch jetzt zu dieser Bitcoin ETF Einführung dass der durchaus ausreichend ist um hier schon den Rücksetzer zu beginnen sollte aber der Bitcoin oben raus weiterlaufen würden wir unsere Position jetzt erstmal halten wir stoßen jetzt unsere Position aus dem Sparplan zum Beispiel noch nicht ab wenn der jetzt aber runterkommt dann gucken wir uns an wo kaufen wir jetzt noch mal was nach legen noch mal unsere Order setzen das ab und platzieren das und der Bereich hier den das möchte ich euch jetzt für die Nachrausausblick mitgeben weil ich glaube das wird relativ wichtig haben wir einen schönen Support im Bereich um 32000 bis 30.000 das kann auch sein dass der dieses neue Tief auslässt und aus dem Bereich um 32000 wenn er denn überhaupt noch darunter setzt von hier dann schon wieder anfängt hochzuziehen das würde vielleicht mal so als als Alternative mit rumsetzen das müssen wir gleich nochmal fixieren weil der wird dann steiler steigen wie vorher das wird dann wahrscheinlich so aussehen aber das wäre so ein bisschen ich mache das jetzt mal hier gepunktet oder gestrichelt das wäre für mich so ein bisschen so eine Alternative die man auch ziehen könnte die ich hier jetzt nochmal mit reingeben würde so wäre die Erwartungsteilung für den Bitcoin sollte er natürlich weiter durchlaufen würde ich denken ab einem Bereich von oberhalb von 60.000 dass der Markt wieder oben eskalieren kann gehe aber davon aus dass wenn er jetzt direkt oben rausläuft er gar nicht so hoch kommt weil die Bereinigung unten noch nicht ausreichend war von der Dauer und auch von den Kursniveaus die erreicht wurden ist er noch nicht so weit runter dass die Nachrichten richtig schlecht waren weil das hat man Bitcoin eigentlich beobachtet ja schon wirklich seit Ewigkeiten also ich bin auch damals schon in der Mt. Gox Pleite mit dabei gewesen 2014 da habe ich einmal komplett alles schon in Kryptos man kann sagen verloren weil meine meine Börse meine Börse damals pleite gegangen ist nun ich bis heute nicht mehr an die Coins rankomme ja und erst jetzt in 2024 oder Ende 2023 der Insolvenzverwalter wirklich nach fast 10 Jahren angefangen hat jetzt uns Gläubiger zu entschädigen ja also aber ich gucke mir das schon ewig an und was halt immer wieder krass der Fall war ist dass der Bitcoin eigentlich immer so tief und so lange so weit gefallen ist dass sich kaum einer getraut hatte davon zu sprechen dass er nochmal neue Hochs schafft und momentan sind alle noch sehr 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 verunüberzeugt auch jetzt mit den ETFs wieder passt für mich einfach so von der Wahrnehmung noch nicht ganz und deswegen könnte ich mir gut vorstellen dass es den halt auch einfach nochmal ein ganzes Stück drunter legt und vielleicht auch zusammen mit der US-Wahl ein bisschen Angst aufkommt dass das vielleicht den USA noch verboten wird oder sowas also sowas könnte hier auch mit reinpassen vielleicht geht auch noch irgendeine Börse pleite sowas das fehlt irgendwie einfach da fehlt noch ein bisschen Unruhe drin also für meinen Geschmack heißt nicht dass der jetzt fallen muss das wäre mein favorisiertes Szenario würde ich auch für unseren Sparplan gut finden damit wir unsere Position wie 2018 auch voll ausfahren können dass wir alles voll voll reinkriegen das ist ja stand jetzt nicht der Fall das gucke ich mir genauer an 32.000 ist ganz ganz wichtiger Bereich für das Jahr 2024 und wie gesagt sollte er weiter hochlaufen könnte ich mir vorstellen dass wir in dem Bereich um 85.000 bis 89.000 nicht weiter kommen dieses Jahr nicht die 100.000 Euro erreichen wie das viele erwarten sondern wirklich aus dem Bereich dann wieder deutlicher zurücksetzen und auch wahrscheinlich bis gut und gerne wieder unter die 60.000 zurücksetzen sodass das tatsächlich dann ein Bereich wäre an dem man auch mal drüber nachdenken könnte vielleicht Teilverkäufe zu machen gerade die die mit uns hier dann gekauft haben aber das machen wir dann alles im Primären Bereich da sprechen wir dann nochmal genauer drüber und bloß für euch jetzt für die Jahresanalyse vielleicht auch für die die gar nicht bei uns im Premium Dienst mit drin sind dass ihr das einfach gehört habt oder mit vor Augen habt und da ein bisschen genauer hinguckt ja weil das wäre wäre typisch dadurch dass das jetzt einfach verkürzt ist dass er oben raus gar nicht eben diese Hebelkraft entfalten kann wenn noch viel zu viele Marktteilnehmer noch mit im Markt sind und nicht rausgespült wurden nicht völlig in die Verzweiflung getrieben wurden und hier noch eben an der Backe hängen und deswegen könnte ich mir vorstellen dass er oben gar nicht so richtig weit raus kann und das wäre meine Erwartungshaltung zum Bitcoin für 2024 ja mehr habe ich damit eigentlich so nicht mitzugeben denkt dran dass es nur eine charttechnische Analyse ist nur eine Meinungs- Erwartungshaltung keine Garantie davon dass es gut klappt auch wenn es die letzten Jahre gut geklappt hat in unseren Jahresausblicksanalysen also auch die Marken die wurden immer sehr gut bedient was wir drin hatten schreibt euch die deswegen vielleicht einfach auch mit einem Zettel oder in euer Trading-Tagbuch oder mit was ihr arbeitet oder macht irgendwelche Zettelchen die an den Bildschirm geklebt werden wichtigsten Marken für 2024 egal ob das dann im DAX da eine 15.500 eine 16.000 oder was auch immer die oberen Ziele sind oder auch die anderen Werte ja jetzt merke ich bloß gerade ich habe Gold vergessen wollen wir noch schnell Gold gucken wartet mal so dann gucken wir hier noch auf Gold machen wir das Kästchen hier noch weg Gold muss ich ganz ehrlich sagen hatten wir in der Erwartungshaltung wenn man das betrachtet und auch zurückversetzt wo war Januar 2000 wartet Januar 2023 ist hier glaube ich im Monatschart ist relativ kurz waren wir hier in dem Bereich hatten hier quasi gerade unten einen Fehlausbruch und hatten dann darüber gesprochen dass man eben oben auch vorsichtig sein muss mit dem Fehlausbruch und man sich bestenfalls vielleicht sogar oberhalb von 2.000 in dem Sinne wie ich das mit der 16.000 und der 15.500 im DAX erklärt hatte dass man sich vielleicht hier dann auch oberhalb von 20 eher mehr nach oben orientiert hat auch gesagt dass er sogar gute Chancen hätte oben raus zu gucken was haben wir gesehen und wir haben auch darüber gesprochen er muss halt unten richtig unter den Trigger runter um sich hier dann weiteres Platz zu aktivieren oder weiteren Platz zu aktivieren bis durch das 13.80 runter wenn wir jetzt gucken was wir gesehen haben ist er definitiv direkt oben ran gelaufen hat hier ein drittes Top hat hier sogar einen Fehlausbruch in der Stelle hat da nochmal Schwung geholt aus der Mitte von seiner Range und dann nochmal einen richtigen Ausbruch angelaufen also da muss ich ganz ehrlich sagen auch wir haben es ja auch mit kommentiert bei uns über den Verteiler Premium Dienst und so weiter bin ich tatsächlich krass überrascht dass das nicht aufgegangen ist weil wenn man sowas hat so 1,2,3 Top der holt aus der Mitte Schwung läuft oben rüber also ich weiß nicht wie oft sowas klappt aber wenn ich sage das klappt in 8 oder 9 von 10 Fällen dann ist das nicht übertrieben so eine Situation die haben wirklich eine Wahrscheinlichkeit von gut 70, 80 vielleicht sogar 85% dass sowas dann eben auflöst oder gut auflöst der Ausbruch gelingt und der Markt richtig rausläuft sollte der sich hier noch gedreht bekommen und das noch nachsetzen mit einem Monatsschluss oberhalb von 20,70 wäre das auch noch aktiv dann könne der Markt locker in 2024 bis 2300 2400 ansteigen ohne Probleme das Ding ist aber wenn er jetzt hier per Monatsschluss das quasi den Ausbruch negiert und als Fehlausbruch macht was es ja definitiv definitiv schon mal war dann ist das richtig hässlich dann ist das wir haben dann unten einen Fehlausbruch wir haben jetzt oben einen Fehlausbruch und das ist eine richtig fiese Geschichte hier halt das muss man sich wirklich hier sind sehr sehr viele Marktteilnehmer auch mit großem Volumen wahrscheinlich long gegangen und wurden umgedreht wir reden jetzt mal nicht über das warum ob das vielleicht die Russen waren die da ihre Goldbestände zu Geld gemacht haben weil sie es gebraucht haben oder was auch immer aber hier wurde richtig richtig cool umgetauscht und wenn der Markt jetzt nach unten wegbricht und die Leute sind hier long drinnen dann kann das unten raus so viel Druck wieder aufbauen dass der komplett die ganze Range nochmal bis nach unten durchläuft und wieder bei 1,623 steht also man muss sich bewusst machen dass diese Zone hier da genau hier wo die hoch sind ja Bereich um 2,70 elementar wichtig ist für das gesamte Jahr wenn der nicht zügig wieder nach oben rausgenommen wird läuft Gold Gefahr dass das nach unten raus immer mehr Druck auf Verkaufsseite kriegt weil die Volumina die hier geprankt wurden unter Druck kommen ja und eine Erstbewegung würde wahrscheinlich in die 1,98 reingehen kurze Gegenbewegung von unten nochmal an die 1,980 dran 1,98 1,980 kann man sich auch gut melken und dann würde das wahrscheinlich abkippen und auch unter die 2,23er tiefste wieder drunter fallen und hier Richtung Richtung 1,650 fallen und wenn das auf 1,650 fällt dann gibt es hier in 2,25 auch bloß ein kurzes Hochzucken und dann geht das wirklich nochmal bis hier runter ja also das ist für Gold ultra wichtig und es ist potthässlich gelaufen also so ein Ausbruch zu vergeigen das ist eine gezielte Falle das ist eine Bullenfalle dann und auf der Ebene im Monatschart sieht man sowas a sehr selten und b hat es natürlich eine richtig große Tragweite wenn sich das jetzt weiter fortführt also bin ich also ich bin für Gold unterhalb von 2,7 wenn es das nicht zügig rauskriegt wirklich nochmal fast pessimistisch könnte man fast sagen weil das wirklich einen ganzen Tacken wegbrechen kann also das sollte da zügig drüber dann ist wie gesagt 2,300 2,400 in 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 2024 überhaupt kein Problem aber das entstand jetzt Fehlausbruchsoptionen oder Wahrscheinlichkeit sehr hoch und wenn das wirklich so wird also dann aber aufpassen mit Gold warum auch immer warum auch immer das so sein sollte ja aber da sollte man wirklich auffassen 1,98 dann 1,89 und dann Abflug das wäre dann wohl zu erwarten wenn das in der Abwärtstendenz hier sich weiter fortsetzt ja gut dann habe ich jetzt alles durch und wünsche euch ein erfolgreiches Jahr gutes Jahr vielleicht sieht man ja den einen oder anderen Premium-Dienste ich weiß nicht die meisten die hier gucken werden die werden eh schon drin sein aber ja dann können wir das über die Webinare einfach noch aller zwei Wochen einfach mal ein bisschen im Blick behalten uns zu austauschen gucken was wir damit machen wo sie vielleicht untergeordnet noch mal Chancen bieten und ja dann bleibt mir wirklich noch zu sagen gesundes neues Jahr haben wir ja eigentlich schon gesagt erfolgreiches Jahr habe ich euch auch schon gewünscht macht einfach das Beste draus und verwendet Stop Loss alle Szenarien die wir geteilt haben sollte man nur so lange traden wie das passiert was wir besprochen haben sobald der Markt aus den Szenarien raus springt gibt es keinen Grund an Positionen festzuhalten gibt es keinen Grund zu Gott zu beten dass man doch wieder in den Gewinn kommt und es gibt keinen Grund im Minus die Positionen immer immer weiter auszubauen das fickt euch sonst alles irgendwann um die Ohren und dann passiert richtig scheiße also tradet bitte diszipliniert tradet auch mit einer Exit Strategie also mit einem Stop Loss oder mit einem Punkt wo ihr euch sagt bis dahin sitze ich in der Position maximal aus weiter nicht und versucht gezielt bitte auf so einer Analyse Ebene müsst ihr versuchen dass ihr das Jahr über 75% mindestens zeitlich gesehen in Gewinnpositionen sitzt und nur maximal 25% der Zeit in Verlustpositionen auf keinen Fall solltet ihr das andersrum machen sonst wird das ja nicht erfolgreich werden ihr müsst eure Gewinnpositionen auch halten halten ausbauen sitzen drauf sitzen laufen lassen das ist wichtig auf keinen Fall versuchen 50% oder 70-80% des Jahres irgendwelche Minuspositionen auszusitzen um zu hoffen dass die wieder reinkommen das ist völlig falsch angehensweise wenn man auf Basis einer technischen Analyse arbeitet ja das ist einfach ein handwerklicher Fehler den man dann macht und dann kann die Analyse so gut sein wie sie will oder so schlecht sein wie sie will das Ergebnis wird katastrophal für euch sein deswegen versucht gezielt macht euch gleich das Spiel am Zettel an den Bildschirm das Jahr 2024 75% das könnt ihr auf jeden Monat runterbrechen und wenn ihr merkt ihr sitzt schon 10 Tage des Monats im Minus dann cut dann weg den Müll und dann anfangen anders zu orientieren Gewinnpositionen müssen es sein die ihr 10 von 20 Handelstachen im Monat im Gewinn haltet aber nicht die Minusposition ist wichtig macht das instinktiv macht man es verkehrt macht es bitte richtig ich mache zu wünsche euch viel Erfolg wir hören uns ciao